Atlit Atlit ist ein kleiner Ort an der nördlichen Mittelmeerküste von Israel, es liegt etwas südlich von Haifa. Hintergrund an der Mittelmeerküste vor dem heutigen Atlit liegt die unter Wasser, archäologische Städte von Atlit-Yam. Die Küstenlinie verlief in der Jungsteinzeit um ca. 7'000 bis 6'000 v. Chr. wohl ca. 1 km weiter östlich als heute. Acht bis zwölf Meter unter der Wasseroberfläche versunken wurden Ruinen einer Siedlung aus dem Neolithikum ausgegraben. Es fanden sich etliche rechteckige Behausungen, darin oder in deren unmittelbarer Umgebung fanden sich in Hockstellung bestattete menschliche Skelette. Die Einwohner waren bereits vor tausenden von Jahren an Tuberkulose und Mittelohreinzündungen erkrankt. Aufsehen erregte eine runde Brunnenstruktur, angefüllt mit und andere Feuersteinscherben und Tierknochen, und Heiligtum aus halbkreisförmig angeordneten Stählen mit Zeichen retueller Benutzung. Wohl vor 8'500 Jahren versank die Siedlung unter dem Meersspiegel und wurde 1984 wiederentdeckt. Bedeutung erlangte die Umgebung in der Kreuzfahrerzeit. Um 1103 wurde auf älteren Ruinen die erste Kreuzfahrerburg von Ledestroit erbaut. Etwas später im Jahre 1218 errichteten die Kreuzfahrer unter Leitung des Ordens der Tempelritter auf einem Küstenvorsprung die Festung Chateaupelerin. Sie wurde mit dem Rückzug der Kreuzfahrer nach Zypern nach dem Fall von Ako als letzte Festung auf dem Festland verlassen. Um Gegensatz zu den meisten anderen Festungen wurde sie kampflos aufgegeben und von den Truppen der Mamluken nicht zerstört, sondern Jahrhunderte später als Steinbruch genutzt. Unter ausmanischer Herrschaft bestand hier ein arabisches Dorf, 1903 wurde von jüdischen Siedlern gleich daneben die Siedlung Atlit errichtet. Das Verhältnis von arabischer und jüdischer Bevölkerung veränderte sich durch Landverkäufe. Um 1944-45 betrug die jüdische Bevölkerung um zwei apostrophen 0-0-0 Personen. Das Gebiet um die Festung Chateaupelerin wurde von der britischen Mandatsregierung ab den Dreiseigerjahren als Internierungslager für illegale jüdische Einwanderer genutzt. Im mit Wachtürmen und Stacheldraht umgebenen Lagergelände wurden bis zur Schließung 1942 zehntausende jüdischer Immigranten, großteils europäische Holocaust-Überlebende, interniert. 1945 wurde des Gefangenen-Lagerathlete Teni-Camp wieder eröffnet und zur Internierung jüdischer Immigranten genutzt, bis im Oktober 1945 ein Palmach-Angriff Gefangenen eine Massenflucht ermöglichte. Nach dem Unabhängigkeitskrieg diente das Lager der Unterbringung von Kriegsgefangenen aus den arabischen Truppen, 1987 wurde es als nationale Gedenkstätte in ein Museum umgewandelt. Mit dem Flugzeug üblicherweise erfolgt die Anreise aus dem deutschsprachigen Raum über den Flughafen Tel Aviv, Bahn Gurion. Mit der Bahn an der Halten die Züge der Linie Tel Aviv, Haifa der Israel Railways. Mit dem Bus die Linie 221 direkt verkehrt zwischen Haifa und Atlit. Auf der Straße von der Autobahn 2 Tel Aviv, Haifa erreicht man Atlit über die, von der Hauptstraße 4 führt die Verbindungsstraße 721 westwärts zur Atlit-Interchange. Mit dem Schiff Atlit hat keinen Hafen für Personenschifffahrt. Mobilität lokal bewegt man sich zu Fuß. Sehenswürdigkeiten Das archäologische Gebiet von Atlit-Jam vor der Küste ist unter Schutz gestellt. Von der älteren Kreuzfahrerfestung, die ab 1113teln erbaut und 1264 von den Mamluken zerstört wurde, existieren nur noch wenige Ruinen. Die Umgebung wurde als Horbad-Quartanetscher Reserve um die Mündung des Nahalhaut unter Schutz gestellt. Von einem Aussichtspunkt aus ergibt sich eine gute Aussicht zum Strand hinab. Die Festungsbaute von, Castrum Peregrinorum, Pilgerburg, wurde unter den Tempelrittern 1218 erbaut. Ein äußerer Mauerring von 15 Metern Höhe und 6 Meter Breite umgab die inneren Mauern von 30 Metern Höhe und 12 Meter Breite, geschützt von zwei 34 Meter hohen Türmen, im Süden lag ein kleiner befestigter Hafen. Die Siedlung Atlit um die Festung wurde ebenfalls von einer Mauer gesichert. Die Festung wurde im August 1291 kampflos von den Kreuzrittern verlassen und später nach Erdbebenschäden als Steinbruch genutzt. Um 1930-34 wurden im Festungsgebiet Ausgrabungen vorgenommen, heute ist der Zugang als militärisches Sperrgebiet untersagt. Die von Sold of the Earth, in Atlit wurden 1922 mit der Salzgewinnung durch Meerwasserverdunstung in flachen Seewasserbecken begonnen. Die Anlagen wurden in den 80er Jahren ausgebaut und decken mit den Salinen von Elad einen Großteil des israelischen Bedarfs ab. Das quadratische Gebäude des Schaik-Bureik liegt im Süden jenseits der Autobahn. Aktivitäten Besichtigung der Ruinen der Kreuzfahrerfestungen Le Destreut und Chateau-Belerin, Gelände nicht begehbar. Spaziergang im Naturschutzgebiet Horbat-Quarter um die Festungsruinen von Le Destreut und entlang des Strands. Besucht es in ein Museum umgewandelten Atlit-de-Tenny-Camp. Baden am Strand von Atlit, südlich des Orts. Einkaufen in Atlit gibt es einen. Ausflüge nach Haifa, in die Naturschutzgebiete des Karmelgebirges etwas weiter südlich gelangt man zum unter Naturschutz stehenden Strandabschnitt im Naturpark Doha Boni im Nature Reserve.